Hallo Mutter. Hey Süße. Ich habe eine Frage an dich. Machst du heute ein Abendessen? Natürlich mache ich. Warum? Weil Thomas auf dem Weg hierher ist und gefragt hat, ob ich irgendetwas von McDonalds haben möchte. Aber da du Abendessen machst, werde ich ihm einfach sagen, dass ich nichts brauche. Er wird mir bei meinen Hausaufgaben helfen. Ich dachte er kommt nur am Donnerstag. Ja, aber wir haben in ein paar Wochen einen großen Test. Also fragte ich, ob er mir ein paar zusätzliche Tage Nachhilfe geben könnte, und er sagte ja. Warum sagst du ihm nicht, dass er nichts von McDonalds bringen soll? Sag ihm, dass ich leckeres Abendessen für euch beide machen werde. Okay, ich sage ihm Bescheid. Er wird in 10 Minuten hier sein. 10 Minuten Viel Zeit, um sich frisch zu machen. Ich muss etwas Schöneres anziehen als das. Hallo Thomas. Danke fürs Kommen. Natürlich Sarah. Ich wäre jeden Tag hier, wenn ich könnte. Hallo Thomas. Wie geht es dir? Hallo Frau Müller. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Es ist schön, dich wiederzusehen. Du siehst so gut aus wie immer. Danke. Du siehst heute sehr elegant aus. Oh, danke Thomas. Warte Mama. Warum hast du dein Outfit geändert? Du hattest dieses Kleid nicht getragen. Was? Ich hatte es nur unter einem Pullover an. Das ist alles. Nun, wir sind in meinem Zimmer, wenn du etwas brauchst. Okay. Das Abendessen ist in etwa einer Stunde fertig. Das ist super. Danke Mama. Thomas, du bringst mir das besser bei als mein Lehrer. Die größten Köpfe sind immer die besten Lehrer. Thomas, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Kannst du mir helfen? Ruft mich deine Mutter an? Ja, sie braucht wahrscheinlich Hilfe, um etwas aus dem obersten Regal zu holen. Okay. Ich bin gleich wieder da. Brauchen Sie meine Hilfe, Frau Müller? Oh, bitte. Nenne mich einfach Maria. Okay. Womit kann ich dir helfen, Maria? Nun, ich brauche eigentlich deine Hilfe bei zwei Dingen. Öffnest du das zuerst für mich? Ich brauche einen großen, starken Mann, der es für mich öffnet. Sicher. Wow. Du hast das so aussehen lassen, als wäre es nichts. Du bist ein sehr starker Mann. Danke Maria. Was war das zweite, bei dem du Hilfe brauchten? Ich wollte deine Meinung zu diesem Reis erfahren. Wie schmeckt es? Wow, das ist lecker. Du weißt. Das ist nicht das einzig Leckere in diesem Raum. Was bedeutet das? Nun, du weißt, Thomas, du kommst jede Woche hierher. Und ich habe gesehen, wie du mich ansiehst. Möchtest du einen Vorgeschmack von mir? Ein Geschmack von dir? Ja, mir wurde gesagt, dass ich ziemlich lecker bin. Sicher bist du das. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Manchmal kann es sich so richtig anfühlen, etwas Falsches zu tun. Sarah, du musst eine Besorgung für mich erledigen. Okay, ich komme. Sarah, ich brauche etwas Soße für das Huhn. Könntest du in den Laden gehen und mir welche besorgen? Natürlich Mama. Thomas, wolltest du mitkommen? Eigentlich wird Thomas hier bleiben und mir mit dem Huhn helfen. Okay, Mama. Die Zeit tickt schon. Komm schon. Hör zu Maria. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Warum nicht? Weil ich deiner Tochter verabrede. Ich versuche nicht, dich von Sarah wegzubringen, Thomas. Ich möchte nur sicher gehen, dass du der Richtige für sie bist. Komm schon. Oh mein Gott. Ich habe meine Brieftasche vergessen. Ich muss nach Hause und sie bringen. Ich musste zurückkommen, weil ich meine Brieftasche vergessen hatte. Mama, Thomas, ist das Sarah? Oh, sie muss etwas vergessen haben. Mama, beeil dich. Geh ins Badezimmer. Thomas? Hey Schatz, hast du was vergessen? Ja, ich habe meine Brieftasche vergessen. Warum bist du im Bett? Ich dachte, du würdest Abendessen machen. Ich bin nur hierher gekommen, um mich auszuruhen. Weißt du, es ist anstrengend, das Abendessen zuzubereiten. Wo ist Thomas? Er hat dich gesucht. Du hast ihn nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Er beschloss, dass er mit dir in den Laden gehen wollte. Also folgte er dir ein paar Minuten, nachdem du gegangen warst. Nun, vielleicht sehe ich ihn auf dem Weg zum Laden. Okay Schatz, bis bald. Oh, das war knapp. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie hat nichts vermutet. Jetzt, komm her hübscher. Eine Woche später Hallo? Hallo Thomas. Weißt du was? Du hast deine Socken bei mir zu Hause gelassen. Ich tat das? Wirklich? Ja, warum lässt du deine Klamotten immer hier? Das ist das dritte, was ich finde. Letzte Woche war es dein Shirt. Ein paar Tage zuvor war es dein Pullover. Und jetzt sind es deine Socken. Was ich wissen will ist, warum lässt du deine Klamotten hier? Vielleicht ist es nur Zufall, dass ich sie vergesse, wenn ich gehe. Lässt du deine Klamotten hier als Teil eines Streichs oder so? Oder ist das deine Art zu versuchen, mich dazu zu bringen, sie zu waschen? Liebling, ich mache dir keinen Streich. Ich lasse sie wahrscheinlich nur versehentlich dort. Eigentlich bekomme ich jetzt einen anderen Anruf. Ich muss gehen. Ich werde bald mit dir sprechen. Okay, auf Wiederhören Thomas. Ich werde das Geheimnis dahinter kennen Thomas. Ich werde die Momente festhalten, in denen du deine Kleidung hier lässt. Ich werde eine versteckte Kamera in diesen Teddybär einbauen, um dich zu filmen. Ein paar Tage später Hey Süße, wie läuft das Studium? Es ist gut. Der große Test ist morgen. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, dank Thomas werde ich das tun. Er kommt später vorbei, um dir beim Lernen zu helfen, richtig? Ja, er sollte bald hier sein. Gut, kannst du ihm diese Jacke geben, wenn er hier ist? Er muss sie letzte Woche hier gelassen haben. Oh, das erinnert mich daran, seine Kleidung zurückzulassen. Ich muss etwas überprüfen. Mal sehen, was du aufgenommen hast. Mama, kannst du die Tür öffnen? Ich glaube, es ist Thomas. Ja, sicher. Wie konntet ihr beide mir das antun? Sarah, geht es dir gut? Nein, es ist nicht alles in Ordnung, Mama. Was ist passiert? Du hast mit meinem Freund geschlafen. Sarah, mach dich nicht lächerlich. Lüge mich nicht an. Ich habe es mit der Kamera eingefangen. Sarah, lass uns darüber reden. Es gibt nichts zu erklären. Mein Freund hat mit meiner Mutter geschlafen. Das ist widerlich. Schatz, bitte, hör mir zu. Sag nicht Schatz. Ich bin nicht mehr dein Schatz. Es war nur eine einmalige Sache. Sie ist diejenige, die mich dazu gebracht hat. Es ist alles ihre Schuld. Wie bitte? Ich bin derjenige, der es zu einer einmaligen Sache machen wollte. Du bist derjenige, der es einmal pro Woche machen wollte. Ja, aber du bist derjenige, der mich verführt hat. Hört beide auf. Ihr seid beide widerlich. Sarah, wohin gehst du? Lass uns darüber sprechen. Ich gehe weg. Ich packe meine Sachen. Ihr beide habt mich verraten. Ich will keinen von euch jemals wiedersehen. Hallo? Oh mein Gott. Es ist ein Desaster. Mein Sohn kam früh von der Schule nach Hause. Komm, ich verstecke dich im Badezimmer. Irgendjemand hier? Bewege dich nicht von dort, wo du bist. Ich werde versuchen, ihn abzulenken, damit du entkommen kannst. Peter, bist du das? Mama? Oh mein Gott. Ich dachte, wir würden ausgeraubt. Nein, Schatz, alles ist in Ordnung. Schau, ich musste wegen eines Notfalls nach Hause kommen. Komm, lass uns im Wohnzimmer reden. Was machst du hier? Du solltest in der Schule sein. Es ist Mittwoch. Denke daran, wir haben halbe Tage wegen Covid. Aber warte, was machst du hier? Ich höre eine Stimme aus deinem Schlafzimmer. Ist da noch jemand drin? Nein, natürlich. Es ist nur... Frau Hoffmann. Ihr Badezimmer ist fertig. Liebling, das ist Thomas. Er ist... Der Klempner. Ich bin der Klempner. Du bist Klempner? Stimmt. Ich habe gerade die Badezimmerrohre deiner Mutter dort drüben gereinigt. Sie waren wirklich verstopft, aber ich bin jetzt damit fertig, sie zu reparieren. Ich muss jetzt losgehen. Warte einen Moment. Vergisst du nicht etwas? Wie ist das? Deine Werkzeuge? Ich bin sicher, du hast welche mitgebracht. Oh ja, das habe ich. Ich habe die Werkzeuge schon früher in den Wagen gelegt. Ich bin gerade zurückgekommen, um einen kurzen Testlauf zu machen, aber alles ist gut. Das ist so interessant. Also wie ist der Name deines Unternehmens? Was ist das? Dein Sanitärunternehmen. Ich möchte es nachschlagen. Es muss doch einen Namen haben, oder? Nun, ich arbeite individuell. Ich bin wirklich selbstständig. Kein Firmenname. Also, wie meine Mutter dich findet? Ich habe ihn im Internet gefunden. Okay. Das macht Sinn. Das ist so lustig. Weißt du warum? Weil ich dachte, du schläfst mit meiner Mutter. Hör auf! Du bist verrückt. Das ist genug. Geh in dein Zimmer. Was hast du mit ihm vor? Keine Sorge. Ich werde dieses Problem lösen. Ich rufe dich später an und erzähle dir alles. Schatz, du hast es falsch verstanden. Wirklich? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du meinen Vater mit dem Klempner betrügst. Absolut nicht. Er ist nur Klempner und hat das Badezimmer repariert. Mama, hör auf zu lügen. Es ist offensichtlich, dass der Typ nicht das geringste über Klempnerarbeiten weiß. Er hat nicht einmal Werkzeug. Gut. Du hast zu 100% recht. Ich habe deinen Vater betrogen. Aber das heißt nicht, dass ich deinen Vater nicht liebe. Das ist nur ein Schluckhauf in der Beziehung zwischen deinem Vater und mir. Schatz, ich liebe deinen Vater immer noch. Und das ist nur eine einmalige Sache, das verspreche ich. Nun, ich werde es Papa trotzdem sagen. Was? Warum willst du das tun? Weil mein Vater verdient es zu wissen. Er ist immer ein liebevoller Vater und ein treuer Ehemann. Er hat es nie verdient, dass du ihn verrätst. Schatz, das wird nichts reparieren. Dein Vater steht vor einer großen Beförderung und braucht diese Art von Stress nicht. Das ist nicht mein Problem. Was ist, wenn ich dir etwas Geld gebe? Was sagst du? Ich gebe dir 200 Dollar, damit du schweigst. Soll ich meinen Vater für etwas Geld verraten? Ja, Peter. Und auch dafür, unser Familienleben nicht zu ruinieren. Nun, jetzt ist meine Chance. Ich möchte die neue PS5 und 2000 Dollar. Das ist so viel. Aber ich stimme zu. Und ich will das bis morgen, oder der Deal ist aus. Okay, morgen gebe ich dir das Geld und kaufe dir die PS5. Am nächsten Tag. Es war nicht einfach, aber ich habe bekommen, was du wolltest. Oh mein Gott, das ist toll. Ich musste die PS5 in den Sack stecken, um sie vor deinem Vater zu verstecken. Diese sind so schwer zu bekommen. Du hast ein Wunder vollbracht. Ich weiß, ich habe dafür das Doppelte bezahlt. Hast du den anderen Teil unseres Deals mitgebracht? Ja. Hier 2000 Dollar. Was ist hier los? Liebling, ich habe Peter ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk gemacht. Nein, Papa. Mama hat eine Affäre. Sie betrügt dich mit einem anderen Mann. Was sagst du? Ja, ich bin gestern früh nach Hause gekommen und habe sie mit dem Klempner erwischt. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Er lügt. Wovon zum Teufel redet er? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Dann kannst du das hören. Du hast zu 100% Recht. Ich habe deinen Vater betrogen. Aber das heißt nicht, dass ich deinen Vater nicht liebe. Das ist nur ein Schluckhauf in der Beziehung zwischen deinem Vater und mir. Schatz, ich liebe deinen Vater immer noch. Und das ist nur eine einmalige Sache, das verspreche ich. Was ist, wenn ich dir etwas Geld gebe? Was sagst du? Ich gebe dir 200 Dollar, damit du schweigst. Sie dachte, ich würde für etwas Geld schweigen, aber ich bin bei dir Papa. Danke für das vorgezogene Geburtstagsgeschenk. Ich weiß nicht, was dich zu einem schlechteren Menschen macht. Die Tatsache, dass du mich betrogen hast. Oder die Tatsache, dass du erwischt wurdest, wenn du unseren Sohn mit Bargeld bestochen hast, damit er schweigt. Du solltest dich schämen. Was für eine Mutter bist du? Wie heißt dieser Feigling, mit dem du mich betrogen hast? Thomas. Wer? Thomas? Mein Arbeitskollege Thomas? Nun, zum Glück habe ich die Beförderung bekommen, um die ich gebeten habe. Also ist Thomas jetzt ein Angestellter von mir. Und jetzt ist Thomas technisch gesehen gefeuert. Willst du es ihm selbst sagen, oder soll ich es tun? Ich werde ihn nie wiedersehen. Das schwöre ich. Solche Versprechungen brauchst du nicht zu machen. Wir sind fertig. Du kannst jetzt machen, was du willst. Was meinst du? Wir lassen uns scheiden. Willst du dich wirklich von mir scheiden lassen? Ich liebe dich immer noch und ich kann nicht ohne dich leben. Bitte, zerstöre nicht unser Familienleben. Du bist derjenige, der unser Familienleben bereits ruiniert hat. Schatz, können wir vernünftig darüber reden? Darüber können wir vor Gericht sprechen. Pack deine Taschen. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich vermisse dich so sehr, meine süße Frau. Bist du bereit Baby zu spielen? Natürlich nicht. Es sieht so aus, als wärst du dicker geworden. Ich glaube nicht, dass ich dicker werde. Aber Schatz, du weißt, dass ich nicht mehr wie früher ins Fitnessstudio gehen kann. Ich habe im Krankenhaus Überstunden gearbeitet. Kannst du nicht trainieren, bevor du ins Krankenhaus gehst? Vielleicht kannst du einen dieser Krebspatienten hochheben und als Gewichte verwenden. Wie kannst du so etwas sagen? Das sind Menschen. Außerdem habe ich dir gesagt, dass ich nicht mehr mit Krebspatienten arbeite. Ich arbeite jetzt für Covid-Fälle, weil das Krankenhauspersonal so überfordert war. Und diese Leute, die ganze Zeit brauchen, die ich ihnen geben kann. Ich könnte mich weniger um diese Covid-Leute kümmern. Sie könnten alle einfach sterben, wenn es nach mir ginge. Das ist wie bei der Grippe, aber die Leute reagieren übertrieben. Und hast du nicht gesagt, dass all die dicken Menschen sterben? Es ist ein Dienst an der Gesellschaft, wenn du mich fragst. Nein, das habe ich nicht gesagt, und das weißt du. Was ich gesagt habe ist, dass es Menschen mit Vorerkrankungen am härtesten trifft. Weil ihr Körper so stark belastet wird. Sind deine Eltern übrigens nicht stark übergewichtig? Ja, sie sind übergewichtig. Und ich bete, dass sie Covid bekommen und schneller sterben, und mir einfach mein Erbe geben. Ich habe es einfach so satt, jedes Jahr zu ihren Geburtstagsfeiern zu gehen. Schatz, manchmal, wenn du so redest, weiß ich nicht, ob du das wirklich so meinst, oder ob es nur Stress oder so ist. Ich habe eine Idee. Warum lässt du den guten Arzt nicht etwas von diesem Stress für dich abbauen? Ich bin nicht in der Stimmung, Peter. Bist du dir sicher? Es ist ungefähr sechs Monate her, seit wir uns geliebt haben. Geh weg jetzt. Ich habe dir schon gesagt, ich bin nicht in der Stimmung. Okay, okay. Es tut mir leid. Du weißt, dass ich dich und deinen Körper respektiere. Ich werde einfach warten, bis du in der Stimmung bist. Nun, du wirst sehr lange warten. Oh mein Gott! Schatz, es tut mir so leid. Ich muss so schnell wie möglich zurück ins Krankenhaus. Sie bringen eine ganze Busladung Kinder mit Covid aus einem Waisenhaus herein. Als Peter sich darauf vorbereitete, zurück ins Krankenhaus zu gehen, bereitete sich Olga auch vor. Indem sie Männer auf Tinder eine Nachricht schickte und ihnen sagte, sie sollten zum Haus kommen. Was Peter nicht wusste war, dass er jeden Abend, wenn er bei der Arbeit war, Olga würde einen neuen Typen von Tinder kommen lassen, und sie werden zusammen Liebe machen. Und ich werde meinen persönlichen Rekord schlagen. Nun, das war rassistisch. Aber da ich dich wirklich hart bestrafen werde, werde ich es zulassen. Schatz, ich bin zu Hause. Ich habe dir ein paar deiner Lieblingsschokoladen gekauft. Ich weiß, dass du sie wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr hättest, seit du auf Diät warst. Olga? Wo bist du? Sorry Bruder. Sie hat schon genug Schokolade für das ganze Jahr. Olga? Oh mein Gott! Was machst du? Ist dir nicht klar, was ich mache, Peter? Ich mache Liebe mit einem Mann, der ins Fitnessstudio geht und nicht immer arbeitet. Aber ich liebe dich von ganzem Herzen. Erinnerst du dich an unser Eheversprechen? Für die guten und die schlechten Zeiten? Es ist okay. Wir können zur Beratung gehen. Das könnten wir noch klären. Schau Peter! Max hat mich heute Nacht die ganze Nacht trainiert. Außerdem liebe ich dich nicht, okay? Ich wollte nur die Aufmerksamkeit und die Geschenke, die mit Hochzeiten einhergehen. Du wirst alt und kannst meine sexuellen Wünsche nicht befriedigen. Du verbringst gerne die meiste Zeit mit deinen Patienten im Krankenhaus. Außerdem warst du fit, als ich dich traf. Jetzt schau dich an. Fett wie ein Schwein. Du wirst widerlich. Du verdienst jetzt keine schöne Frau wie mich. Aber ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Bitte verlass mich nicht. Auf Wiedersehen, Peter. Du kannst jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus leben. Olga packte ihre Sachen und ging mit Max. Nach drei Monaten Arbeit an sich selbst, konnte Peter sein Leben wieder in den Griff bekommen. Er bekam sogar eine Beförderung im Krankenhaus und wurde einer ihrer Top-Ärzte. Er fing an zu trainieren und sich in Form zu bringen. In der Zwischenzeit sah es für Olga nicht so gut aus. Später stellte sie fest, dass Max keinen Job hatte. Olga fand auch heraus, dass Max nur ins Fitnessstudio geht und Steroide nimmt. Er würde aus dem Fitnessstudio nach Hause kommen und sie dann misshandeln. Drei Monate später. Olga? Das ist eine Überraschung. Wie läuft es mit Max? Nun, Max ist ein Fitnessstudio-Freak. Das ist alles, woran er denkt. Über etwas anderes können wir nicht sprechen. Und er behandelt mich wie Müll, also musste ich ihn verlassen. Oh, ich bin froh, dass du den Mut hast, für dich selbst einzustehen und ein besseres Leben zu finden. Ja, genau. Und wer sonst könnte mir ein besseres Leben ermöglichen als du? Du bist mein Mann und mein Lieblingsarzt auf der Welt. Ehrlich gesagt, ich bin dein Ex-Mann. Es tut mir leid, Olga, aber ich habe ein neues Leben begonnen. Ich habe endlich gelernt, mich selbst zu respektieren und wertzuschätzen. Und ich könnte niemals mit jemandem wie dir zusammen sein. Außerdem habe ich jetzt jemanden, der neu ist. Und sie liebt mich für das, was ich bin, und nicht dafür, wie meine Bauchmuskeln aussehen. Du verdienst jetzt keinen loyalen Mann wie mich. Aber, Peter, ich liebe dich. Du siehst nicht so gut aus. Du solltest diesen Husten wahrscheinlich untersuchen lassen. Es könnte Covid sein. Auf Wiedersehen, Olga. Ich gehe schon. Hi, kann ich Ihnen helfen? Ich muss mit Klaus reden. Es ist sehr wichtig. Oh, okay. Und wer sind Sie nochmal? Das ist eine lange Geschichte. Ich muss nur mit Klaus reden. Ist er hier? Sein Auto steht vorne. Woher wissen Sie, welches Auto er fährt? Wer sind Sie? Wer ist da? Lisa? Was willst du denn hier? Wir sollten reden. Worüber reden, Klaus? Schatz, es ist okay. Ich bin in ein paar Minuten zurück, okay? Nein, Klaus. Ich habe die Spielchen satt. Ich habe es satt, ständig zu lügen. Wirst du es ihr sagen oder muss ich es tun? Klaus, wovon redet sie da? Mir was sagen? Ich weiß es auch nicht. Tu das nicht. Ich bin seine Freundin. Du weißt es nicht, aber ich und Klaus treffen uns schon seit einigen Monaten. Was? Sarah, hör nicht auf sie. Gib mir eine Minute, okay? Lisa, lass uns draußen darüber reden, okay? Nein, Klaus. Ich muss es ihr sagen. Denn die Wahrheit ist. Ich bin schwanger. Was? Du bist schwanger? Ja, Klaus. Ich kann das nicht glauben. Wow! Ich bin sehr froh. Mir fehlen die Worte. Ich werde Vater. Das war immer mein Traum. Ja, Klaus. Wir werden Eltern. Bitte, Lisa. Warte im Auto. Ich bin gleich da. Sarah, was machst du da? Wie konntest du mir das antun? Wir sind schon so lange verheiratet. Wie konntest du mir das antun? Wir sind schon so lange verheiratet. Es tut mir leid. Ich wollte schon immer Vater werden. Was erwartest du, wenn du mir nicht mal das bieten kannst? Es tut mir leid. Ich wollte schon immer Vater werden. Was erwartest du, wenn du mir nicht mal das bieten kannst? Ich kann nicht glauben, dass du das tust. Aber du hast das mir versprochen. Du hast gesagt, dass du mich niemals aufgeben würdest. Ich kann nicht glauben, dass du das tust. Aber du hast das mir versprochen. Du hast gesagt, dass du mich niemals aufgeben würdest. Versprochen? Wovon redest du da? Wie konntest du das nur vergessen? Hör zu! Vor drei Jahren. Als wir das letzte Mal einen Schwangerschaftstest gemacht haben, hast du mir etwas versprochen. Als wir das letzte Mal einen Schwangerschaftstest gemacht haben, hast du mir etwas versprochen. Denkst du, wir sind schwanger? Ich hoffe es. Ich bin so nervös. Sind Sie Herr und Frau Hoffmann? Ja. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber Ihre Testergebnisse sind da, und Sie sind nicht schwanger. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber Ihre Testergebnisse sind da, und Sie sind nicht schwanger. Was? Ich verstehe das nicht. Sie haben gesagt, mit dieser Methode werden wir mit Sicherheit schwanger werden. Es tut mir wirklich leid. Nach meiner Erfahrung passiert so etwas, wenn einer von Ihnen unfruchtbar ist. Ich wusste es. Ich kann nicht schwanger werden. Ich werde nie eine Mutter sein. Ich wusste es. Ich kann nicht schwanger werden. Ich werde nie eine Mutter sein. Schatz, es ist okay. Wir geben nicht auf. Aber wir versuchen es doch schon seit vier Jahren, Klaus. Ich bin einfach erschöpft davon, es immer wieder zu versuchen. Ich schätze, ich bin nicht dazu bestimmt, Mutter zu werden. Ich bin einfach erschöpft davon, es immer wieder zu versuchen. Ich schätze, ich bin nicht dazu bestimmt, Mutter zu werden. Ich verspreche dir, ich werde dich, oder unser Baby nie aufgeben. Ich verspreche dir, ich werde dich, oder unser Baby nie aufgeben. Siehst du? Du hast gesagt, du würdest mich und unser Baby niemals aufgeben. Aber stattdessen, betrügst du mich, und du schaffst es, die andere Frau zu schwängern. Das tut mir leid, aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir es wollen. Was hast du erwartet, dass ich ewig warte, wenn du nicht schwanger wirst? Was hast du erwartet, dass ich ewig warte, wenn du nicht schwanger wirst? Das war's dann? Nach neun Jahren zusammen? So endet es also? Es tut mir leid, Sarah. Aber Lisa und mein Baby stehen an erster Stelle. Es tut mir leid, Sarah. Aber Lisa und mein Baby stehen an erster Stelle. Ich hoffe, du wirst glücklich. Nach ihrer Trennung, vergisst Klaus Sarah schnell. Er genießt sein neues Leben mit Lisa. Er kann nur noch an die anstehende Geburt ihres Babys denken. An dem Tag, an dem das Baby zur Welt kommt, ist Klaus unendlich glücklich. Er hält seinem Sohn zum allerersten Mal in den Armen. So scheint es zumindest. Bis der Arzt ihm den Vaterschaftstest gibt. Dieser offenbart ihm, dass er nicht der Vater ist. Es zeigt sich, dass Lisa einen anderen Mann getroffen hat. Klaus' Leben bricht auseinander. Zwei Jahre später trifft Klaus zufälligerweise auf seine Ex-Frau Sarah. Sarah? Klaus? Wow! Du bist schwanger? Ja, bin ich. Aber wie? Ich dachte, du könntest nicht schwanger werden. Hey Schatz! Wer ist dein Freund? Das ist tatsächlich mein Ex-Ehemann Klaus. Nun, ich gebe euch einen Moment zum Reden. Ich warte im Auto. Bis gleich. Und dich? Dich sehe ich in ein paar Monaten. Daddy liebt dich. Wow! Ich verstehe es nicht. Ich dachte, du bist unfruchtbar. Eigentlich hat sich herausgestellt, dass ich gar nicht unfruchtbar bin. Thomas und ich sind ganz leicht schwanger geworden. Und jetzt bekommen wir einen kleinen Sohn. Also war ich derjenige, der der Arzt meinte, als er sagte, einer von uns sei unfruchtbar. Also war ich derjenige, der der Arzt meinte, als er sagte, einer von uns sei unfruchtbar. Was meinst du? Was meinst du? Ich dachte, du hast deine Freundin geschwängert. Was meinst du? Ich dachte, du hast deine Freundin geschwängert. Lisa hat mich geschwindelt, weil sie wusste, wie sehr ich Kinder haben wollte. Das dachte ich auch. Ich war aber nicht der Vater. Lisa hat mich geschwindelt, weil sie wusste, wie sehr ich Kinder haben wollte. Sie wusste auch, dass ich viel Geld hatte, also brachte sie ein Kind von einem ihrer Freundin zur Welt. Und sie wollte mich täuschen und mir das Kind zuschreiben. Sie wusste auch, dass ich viel Geld hatte, also brachte sie ein Kind von einem ihrer Freundin zur Welt. Und sie wollte mich täuschen und mir das Kind zuschreiben. Oh, es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ich möchte mit dir ein neues Leben beginnen. Kannst du deinen Freund verlassen und mich wieder heiraten? Ich möchte mit dir ein neues Leben beginnen. Kannst du deinen Freund verlassen und mich wieder heiraten? Thomas ist eigentlich mein Mann, nicht mein Freund. Ich brauche also keinen Vater für mein Kind, weil sein echter Vater schon da ist. Ich danke dir für das Angebot, aber dein Angebot ist natürlich abgelehnt. Alles Gute, Klaus. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nicht gewählt, den Gebrauch meiner Beine zu verlieren. Schatz, bitte, ich bin dein Ehemann. Du musst dich um mich kümmern. Nein, nicht mehr. Du bist nur ein erbärmlicher Krüppel mit nutzlosen Beinen. Das ergibt alles keinen Sinn. Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Ich habe gelogen. Ich habe dich nie wirklich geliebt. Ich habe dich nur wegen deines Geldes geheiratet, Thomas. Du bist wirklich herzlos. Du denkst, das ist herzlos? Warte, bis ich die Hälfte deines Geldes nehme. Du bist so ein Narr, dass du tatsächlich geglaubt hast, dass ich dich geliebt habe. Zwei Monate früher. Hi Baby. Guten Morgen. Guten Morgen wunderschön. Ich habe dir Frühstück gemacht. Danke Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich nächste Woche zu heiraten. Oh, ich auch. Aber weißt du, es ist einfach schlecht, dass ich so bald nach der Hochzeit zur Armee muss. Es ist okay. Es ist nur für sechs Monate. Außerdem gibt es mir Zeit, dieses wunderschöne Haus, das deine Eltern für uns gekauft haben, zu renovieren. Ich muss eine Haushälterin einstellen, um es sauber zu halten, und so weiter. Wir werden unser Leben zusammen als glückliches Paar beginnen. Ich liebe dich so sehr, Maria. Ich liebe dich auch. Zwei Monate später. Hallo? Hallo? Hallo, ich bin Dr. Klaus. Ihr Ehemann hatte einen Unfall. Er wurde in ein Krankenhaus hier in der Stadt verlegt, und wir brauchen Sie sofort hier. Was meinen Sie, er hatte einen Unfall? Geht es ihm gut? Kommen Sie sofort. Okay, ich bin unterwegs. Was ist passiert? Es gab eine Explosion auf der Basis. Er ist jetzt stabil. Leider gab es erhebliche Schäden an seinen Beinen. Was meinen Sie damit? Frau Hoffmann, Ihr Ehemann wird nie wieder laufen können. Es tut mir sehr leid dafür. Glücklicherweise haben wir Verfahren, die Ihnen zeigen können, wie Sie ihn baden, und den Rollstuhl benutzen können. Denken Sie daran, Sie müssen positiv bleiben. Dies ist kein einfacher Prozess. Ich werde die Krankenschwester holen, damit sie Ihnen weitere Details geben kann. Ich gebe Ihnen etwas Zeit allein. Jetzt muss ich ihm helfen zu duschen, und den Rollstuhl zu benutzen. Schatz, ich brauche Hilfe, um meine Medizin zu holen. Ich bin gerade beschäftigt. Maria, bitte, ich kann nicht aufstehen. Ich habe gesagt, ich bin beschäftigt. Kannst du es nicht selbst holen? Schatz, bitte, ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich kann die Medizin nicht erreichen. Ich kann dir gerade nicht helfen. Kannst du nicht irgendetwas alleine tun? Ich kann nicht hinreichen. Bitte, es dauert nur eine Sekunde. Ich muss es wirklich nehmen. Ich komme schon. Maria, ich möchte, dass du mir hilfst, die Treppe hinauf zu gehen. Ich möchte in meinem Zimmer schlafen. Ich kann dir damit wirklich nicht helfen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit einem Krüppel verheiratet sein. Es ist zu hart. Ist das ein Scherz? Nein, ich meine es ernst. Das ist kein Scherz. Ich werde die Scheidung einreichen. Scheidung? Ja, Scheidung. Ich bin verwirrt. Woher kommt das plötzlich? Hat dir die Explosion auch das Gehirn beschädigt? Ich möchte nicht mehr mit dir verheiratet sein, Thomas. Schatz, hör zu. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber wir können das durchstehen. Nein, können wir nicht. Du hast nicht mal funktionierende Beine. Erwartest du wirklich, dass ich für immer bleibe und mich um dich kümmere? Ja, das ist es, was Ehe bedeutet. Wir sind zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben Gelübde abgelegt. Diese Gelübde haben nicht beinhaltet, dass du dich in die Luft sprengen lässt. Schatz, bitte. Ich bin dein Ehemann. Du musst dich um mich kümmern. Nein, nicht mehr. Du bist nur ein erbärmlicher Krüppel mit nutzlosen Beinen. Das ergibt alles keinen Sinn. Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Ich habe gelogen. Ich habe dich nie wirklich geliebt. Ich habe dich nur wegen deines Geldes geheiratet, Thomas. Aber kein Geld der Welt ist es wert, mich um dich und deine nutzlosen erbärmlichen Beine zu kümmern. Wie kannst du mir das sagen? Hör zu, Thomas. Ich bin eine sehr schöne Frau. Ich könnte mit jedem zusammen sein, den ich will. Erwartest du, dass ich hier für immer bleibe und dein kleines Dienstmädchen bin? Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nicht gewählt, den Gebrauch meiner Beine zu verlieren. Es ist auch nicht meine Schuld. Jetzt werde ich feststecken, deine ekligen Verbände zu wechseln. Und dir in die Dusche zu helfen, wie bei einem alten Menschen. Ich verdiene Besseres. Ich verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Du bist meine Ehefrau. Du solltest bei mir bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ehrlich gesagt, du ekelst mich an. Ich kann es nicht einmal ertragen, dich anzusehen. Du bist nicht mal ein richtiger Mann. Du bist wirklich herzlos. Du denkst, das ist herzlos? Warte, bis ich die Hälfte deines Geldes nehme. Du bist so ein Narr, dass du tatsächlich geglaubt hast, dass ich dich geliebt habe. Ich habe meine Beine verloren, und jetzt willst du mir noch mehr nehmen? Genau. Jetzt werde ich dich hier allein lassen. Nein. Maria, bitte, lass mich nicht alleine. Ich bin dein Ehemann. Nein. Du bist nicht mehr mein Ehemann. Du bist nur ein Krüppel, der nicht laufen kann. Baby, bitte, lass mich nicht alleine. Du wirst mich einfach verlassen, und die Hälfte des Geldes nehmen? Ist das der einzige Grund, warum du bei mir warst? Maria, komm bitte zurück. Eine Ehe soll für immer sein. Was Maria nicht bemerkte ist, dass das Krankenhauszimmer Kameras hatte, und alles aufzeichnete. Thomas' Anwälte nutzten dieses Video in der Scheidung von Maria. Der Richter entschied, dass Maria nach dem Ansehen, wie schlecht sie Thomas behandelte, nicht einen Cent bekommen würde. Das Video wurde auch ins Internet geleckt, wo es viral ging. Die Leute waren empört, einen verletzten Veteranen so missbraucht zu sehen. Ein Jahr später. Hey Marco. Wir sind fast fertig mit dem Lagerhaus. Wir müssen nur noch eine Isolierung hinzufügen. Ich glaube, das kostet weitere 20.000 Dollar. Thomas, bist du das? Nun Marco, ich werde dich später noch einmal anrufen. Maria, was machst du hier? Ich wurde gerade eingestellt, um dieses Lagerhaus zu putzen. Wow, wie kommt es, dass du jetzt laufen kannst? Ja, das Militär hat mechanische Beine für mich entwickelt. Das ist großartig. Du siehst wirklich gut aus. Danke. Wie geht es dir? Nun, seitdem das Video herauskam, geht es mir eigentlich nicht so gut. Es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwer ist, einen Job zu finden oder jemanden zu daten. Ich denke, ich habe es verdient, so wie ich dich behandelt habe. Es tut mir leid, Thomas. Nun, danke für das Sagen. Sieh mal, vielleicht wollen wir einen Kaffee trinken gehen oder so etwas? Ich bin tatsächlich beschäftigt. Ich treffe mich mit meiner Verlobten. Wir haben ein Date. Oh, du bist verlobt? Ja, es stellt sich heraus, dass jemand sich doch um mich kümmern möchte. Klaus, ich liebe dich immer noch. Und ich liebe dich nicht. Hör zu. Ich lasse dich zurück zu deiner Arbeit als Dienstmädchen. Sorge nur dafür, dass du die Fenster putzt, okay? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020